Achso, das sagtest du ja, Zucchini ist fertig. Genau. Achso, kann ich ja wieder erinnern, ist ja wieder alles gut. Ja, 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 ja. So, was machen wir hier hin? Radieschen, 20 Minuten. Ja, die Radieschen hier sind in sieben Minuten fertig. Ja, sehr gut. Ja, bitte. Siehste, geht auch ruckzuck hier. Okay. Drei Stunden. Melone. Das ist doch zu teuer, der Müll. Meist eine Stunde. Ja. Das sind schon Zeiten da. Das haut so ein bisschen ein vom Hocker. Das ist so ein Tag. Ja, das ist so. So, okay. Was ist hier? So, Karotten hier sind fertig. Worüber läuft das? Ich könnte auch den Obstand aufrüsten. Auch Zucchini, Digga. Könnte ich. Ja. Also mehr Äpfel, mehr Birnen und so weiter. Wird verbessert. Am besten auch, dass die Aubergine-Geschichten da irgendwie mehr Lagerfläche haben. Ja. Das ist immer das, was am meisten fertig ist, ne? Genau, genau. Das Aubergine, das habe ich tatsächlich schon jetzt mal. Da brauchen wir als nächstes 32 Blumen. Also von den roten. Und 9000 Geld. Was ist hier? Ach, drei solche Abzeichen und 24 Blumen für den Trecker. Ich habe kein Geld mehr. Auch 9000 haben wir. 8000, 9000. Ja, jetzt. Ja, okay. Ja, ja. Hm. Ähm. Bitte? Bitte? Stimmt, das Lagerhaus. Mit diesen fünf Medaillen. Gab es ja auch noch. Äh, nee, wir können einen neuen Stand bauen. Ja, dann mal. Was kann man da machen? Kannst du deine Pilze verkaufen? Okay. Meiner kostet 120. Ich kaufe den einfach mal. Also hier, Diamanten. Ja. Brauchen wir momentan nicht. Ja, gut. Wir haben tatsächlich 18 Pilze. Weiß ich nicht, woher. Ich auch nicht. Habe ich nichts damit zu tun. Nee. Wirklich nicht. Irgendwo vom Intim. Da guckt man ja nicht so oft hin. Nee, da habe ich damit nichts am Hut. Fällt einfach runter und dann... Tja, das fällt einfach so beim Einkauf einfach runter und dann... Einfach beim Einkauf. Einfach so. Liegen dann auch immer die Champignons so im Laden drin. Naja, machst du halt nichts. Die Ungeschälten. So, wie lange dauert der dann noch? Acht Minuten. Sehr gut. Sprit ist holle. Also davon brauchen wir auch noch mehr, wirklich. Und was? Solche Tanklaster. Ja, ich sage schon. Also je größer das wäre, desto eher könnte man wieder irgendwo einen hinbauen. Ja. Allerdings ist mir das zu schade, diese Marken da auszugeben. Ja. Weil diese paar Sekunden kann nicht auch immer hinlaufen noch. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wie man so wirklich verdient. Also nur über Quest? Ja, keine Ahnung. Das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, weil allein solche Sprengler kosten ja schon zwei. Und jetzt machst du ein Neunerfeld nur. Mhm. Also, öh. Aubergine sind fertig. Du konntest verkaufen, weil da sind wir voll. Der hat aber kein Geld mehr. Achso. Der ist pleite momentan. Dann, äh, ja. Hast du schon überhaupt die Scheune hier gesehen? Ja, ja, habe ich schon gesehen da hinten. Ja. Wunder, wunderschön. Stylomatico. Oh Gott, oh Gott. Straßenlattern. Könnte man auch hierhin platzieren. Guck mal an. Na, was laufen denn die Wassermelonen? Hm, gleich mal gucken. Schick. Die Wassermelonen, äh, die laufen unter, äh, Melone. Tatsächlich. Ja. Melone bleibt Melone. Aber wo ist das Symbol? Ach, da. Ball 11. Dritte Spalte. Vierter Punkt. Ja, richtig. Das ist, äh, richtig. Das Feld müssen wir Level 21 sein. 21? Ja. Wir sind mal ja bald. Und dann schätze ich aber auch mal, dass wir da vielleicht auch 1200 Diamanten brauchen. Ja, das, ja, das klingt angemessen. Aber kommt darauf an, ob wir dann halt hier weitermachen oder anderes Feld suchen. Ja. Oh, schick. Ja, oder? Ja. Macht langsam was her hier. Ja, ja, langsam wird's. Unsere kleine Farm. Ja. Also, äh, unsere kleine Farm. Unsere, äh, rauchende Colts. Unsere kleine, rauchende Farm. Äh? Gras anpflanzen? Geht das? Es gab's bei, oh Gott, wie heißt die Serie noch? Ähm, Familienduell. Oh, ui. Dieses, nennen sie 100 Leute, oder 100 Leute haben wir gefragt. Ja, mhm, genau. Und dann wurde da so eine Familie befragt von wegen, nennen sie eine berühmte Serie aus den 70ern oder so, keine Ahnung. Und dann, ähm, fragt er erstmal durch, von hinten nach vorne. Dann sagte der eine irgendwie, rauchende Colts. Dann dann auch, rauchende Colts, rauchende Colts. Unsere kleine Farm, unsere kleine Farm, rauchende Colts. Ja. Und der, 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 der Letzte, der ist ja der Bestimmer. Der sagt dann, was wirklich sein soll, ne? Genau. Eingeloggt werden soll. Und dann hat das dann vermischt. Der sagt dann, unsere kleine, rauchende Farm. Nee, unsere rauchende Farm, sagt er. Aber super. Ehrlich. Das fand ich grandios. Ja, gut, diese Aufregung kann's mal passieren. Ja, na ja. Familienduell, ach du Scheiße. Äh, mein Gott. Ja, ja. Familienduell, äh, Glücksrad. Gab's halt damals auch noch. Oder der Preis ist heiß. Gab's ja auch noch. Das stimmt, ja. Gibt's ja auch wieder. Also auch wieder mit Harry Weinfurt sogar. Äh, echt? Ja. Das wurde mal jetzt wiederbelebt. Und das find ich ganz cool. Ich wusste jetzt nicht, dass der noch lebt. Also das klingt jetzt ein bisschen schwieriger als es ist. Er lebt noch. Aber der war doch immer schon alt. Ja, weiß ich gar nicht. Mitte 60? Ja, irgendwie sowas. So, du kannst wieder ein paar Auberginen, äh, ernten. Ja. So, hier ein bisschen weg. Da ein bisschen weg. Das weg. Eier verkaufe ich auch mal ein paar. Ja. Ne gut, Getreide nicht, weil das brauchst du ja für die Nahrung, hab ich gehört. Ja, genau, aber den Nahrung hab ich hingelegt, also von daher ist alles gut. Ach, ja, gut, okay. Wie sieht's denn mit Apple aus? Apple kann ich auch wieder ein schönes... Ist richtig, ja. Also, Lager wurde geleert. Ach, guck mal an, was gedeiht denn hier auf Schönes. Ach, Paprika. Oh, es regnet. Oh, das ist sehr schön. Normalerweise hieß es, dass man eigentlich da nicht... Ja, es hieß 21, sag mal. Dass man da nicht... Ja, doch, ja, genau. Ja, es geht weg, das Symbol. Man muss nicht... Äh, gießen. Ja. Ja, gut. Das ist fein. Das funktioniert. Ja, ich baum. Sehr gut. Oh, oh Gott. Maulbeerbaum. Maulbeerbaum. Ja, das ist bestimmt Himbeeren. Da hättest du aber neu hinzugekommen, Himbeeren. Ja, das ist neu hinzugekommen. Oh Gott. Ja, tschüss Geld. Ja. Boah, schön mit dir. T mit E. Hm. Schöne Scheiße, wohl eher. Ach, na gut. Ach, du hören, dass das fällt? Okay. Mhm. Da mache ich gleich wieder Korotten drauf. Ja. Melonen brauchen noch 10 Minuten. Hm, aber Jeans sind voll. Okay. Ja. Äh, da. Ja, das läuft doch langsam. Das läuft langsam. Soll ich die Hühner hier auch wegmachen? Hm. Ach, davon irgendwo war das doch, ne? Ja, bei dem neuen Feld. Bei dem Sand. Achso, ja, die kannst du wegmachen. Eigentlich brauchen wir die nicht. Wir haben ja hier unsere kleine Farm. Eben. Dann würde ich nämlich eher da ranhängen, als irgendwo anders wieder weg zu haben. Hm, genau. Dass so ein bisschen sortiert wird hier. Ja. Und ich würde auch neben dem Feld hier tatsächlich, ähm, also neben den Schweinen und alles, so würde ich dann das große Feldchen nutzen, wo ich hier gerade so rumlaufe, für die ganzen Blumen mal. Oh, ja, stimmt. Ja, ich sehe es halt gerade. Ja. Also hier das ganze Gebiet hier. Ja, stimmt. Das können wir gut machen, ja. Klar. Ja. Man, das ist auch passives Einkommen. Die plantst du halt einmal und dann passiert es halt. Ja, klar. Das stimmt wohl. Ja, warte. Gleich mal. Wie viel überhaupt sowas kostet, Seeblumen? Weil du hast ja bei diesen, äh, Apfelrose, zum Beispiel, hast du so ein Paket. Also muss einer so eine Quest haben. Ich gucke mal den Quest von da auf generell rein. Ach, stimmt. Stimmt, da war ja was. Apfelrose will der ja haben, ja. Ja. Ach, du Scheiße. Tamiro, drück mal Start und Questverlauf. Da sind unsere Medaillen. Ja. Kürbis. Apfelrose. 40. Pokale Feiertage. Apfelrose. Kürbis. Äh, gut. Ich nehme die lokalen Feiertage. Oder haben wir beide die Questen oben stehen? Beide. Ach, ne, lokale Feiertage sehe ich gerade. Kürbis, okay. Aber wir haben trotzdem dieselben Quest, ne? Ist ja egal. Ja, klar. Ja, ich dachte nur, dass einer das andere machen könnte dann oder so und sich dann anheften kann, aber ich glaube, das Anheften gilt dann für beide, ne? Hm, weiß ich nicht. Also ich mache hier Apfelrose, anheften. Ja, ist bei mir auch angeheftet dann. Ah, okay. Schade. Schade. Ja. Ja, aber gut, wir wissen ja, was zu tun ist. Also der eine macht, kann ja die Apfelhosen machen, der andere macht halt die Kürbis oder sowas. Tja. Kürbis. Ja, wir haben noch gar nicht. Kann man den noch nicht anpflanzen? Ne, den haben wir noch nicht. Also soweit ich das sehen kann. Doch, Kürbis, ganz vorn. Hä? Einen Tag. Ah, oh Gott, ich war der falsche Spalter. Ja, klar. Okay. Ja, okay. Natürlich bist du noch falsches Spalter. Aber das dauert. Einen Tag. Ne, das dauert, bis ich die Pflanzen kann. Weil wegen Geld. Ja, gut, klar. Ja. Aber halt auch wegen... Nämlich? Geld. Ja, leider viel. Äh, da hätten wir schon von Anfang an so ein bisschen drauf gucken müssen, tatsächlich. Ja, das stimmt. Aber die Quest... Das Ding ist halt, diese Quests sind halt scheiße versteckt. Das muss man mal so sagen, wie sie ist. Die hast du halt nicht immer im Blick. Ne. Also ich... Also die ganze Zeit nicht. Ja, ich... Denke ich halt auch nicht dran. Verkaufst du gerade was? Äh, ja. Also Äpfel und sowas, das kannst du wieder ganz getrost. Den Auberginen-Kram kannst du mal verkaufen. Der hat ja kein Geld. Der hat ständig Pleite. Äh, äh. Das ist jetzt schon wieder Pleite. Das ist ja das Problem. Oh Gott, wir können... Oh Gott, wir können... Dori können wir hier ins Aquarium setzen. Wollt' ich grad' sagen. Was können wir machen? Dori und... Echt? Clownfisch und Dori? Das passt ja. Ach so. Das meinst du. Ja. Oh. Ich könnte machen einen Teich nur mit Nemo's und Doris. Ja. Oh, die sieht's weit draußen. Ja, ein 2.8 sogar. Pfff. Alter. Ja. Was können wir denn... Ach so. Maulbeerbaum. Ach das, meinst du? Pfff. Pfff. Ja. Ja, ist ja... Hm. Gut, da wissen wir aber, wo wir die nächsten Parze... ...was wir damit zu tun haben. Ja. Es ist nämlich schon wieder so weit. Herr von Zutamiro. Ja. Da fährt er mit dem Dreck weg. Das ist... ...seiner weißen Haube da. Was machst du? Gut, wir sehen uns dann also im nächsten Part. Ich fahr' hier mal ganz schnell weg. Die Alte ist notgeil. Was denn? Guck, was ich kann. Du hast mir einen Nosey gegeben, hast du mir. Ja. Das kannst du. You spin my head right round, oder what? Ja. Ich baue mein eigenes Haus. Das ist... Na gut. Ich schlaf' in der Scheune. Ja, okay. Meine Ziegen. Das ist mir egal. Kein Problem. Bisschen mit den Tieren oder so. Schnell weg hier. Ach so, mit den Tieren hast du's. Ja, alles klar. Ja, nun, klar. Also, bevor es hier noch... Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Wachen wir. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.